Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es wieder soweit. Ich habe Zeit gefunden und eine neue Limited Edition gefunden, um mit euch ein Video über eine neue Limited Edition zu drehen. Und ich habe richtig, richtig, richtig Lust drauf, denn die Produkte, die ich hier vor mir liegen habe, könnten jetzt schon zu einem meiner liebsten Produkte 2022 sein, wenn ich mir nur durchlese, was das Produkt können soll. Und ich habe heute die neue Rivalde Loop Sunset Lover AE hier für euch. Ich habe alle Produkte bis auf die verschiedenen Nagellacke mitgenommen und wir werden heute einen schönen, ja, spätsommerlichen Sunset Lover Look schminken. Ich bin sehr gespannt, ob wir daraus was Schönes hinkriegen. Ich hoffe aber, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich habe das Ganze zufälligerweise beim Schlendern durch die Drogerien gefunden. Also wenn ihr DM-Halls, Live-Rossmann-Halls, Drogerien-Neuheiten-Videos mögt, dann drückt gerne jetzt einmal auf den Abonnieren-Button und vergesst unbedingt nicht die Glocke, denn damit kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Und im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es, ja, das so ein bisschen schwierig ist mit der YouTube-Glocke. Also, kleine Erinnerung für euch. Aber ich bin richtig, richtig gespannt. Es ist sehr, sehr lange her, dass ich eine Limited Edition getestet habe und auch mir die Zeit genommen habe, eine Limited Edition zu testen. Denn durch den ganzen Umzug und durch den Launch, der jetzt bald bevorsteht, ist das alles so ein bisschen aufregend geworden. Bevor wir aber losgehen, wollte ich euch nochmal das Buch hier vorstellen, den ich habe, unser erstes gemeinsames Buch geschrieben und jetzt auch rausgebracht, unser Weg zum Traumhaus, ihr wisst es. Der Weg zu unserem Haus war extrem schwierig, extrem steinig. Und wir haben alles, was uns widerfahren ist, alle homophoben Attacken, alle Angriffe, alle Gemeinheiten, die uns über diesen Prozess von zwei Jahren geholfen haben, hier in dieses Buch gepackt. Und das könnt ihr jetzt bestellen. Ich setze euch den Link gerne einmal unten in die Infobox. Wir haben hier Informationen drin, wie haben wir es geschafft, ein Haus zu kriegen, was für Probleme gab es. Ihr kriegt ein paar Informationen auch zu unserem kleinen Haus. Das haben wir ja jetzt bis zu dem Tag, als ich den Heiratsantrag bekommen habe. Also eine wirklich ganz, ganz, ganz süße Sache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal im Pelletier Verlag vorbeischaut. Okay, Freunde. Es ist sehr, 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 sehr warm hier unten. Ich bin super gespannt. Ich zeige euch erstmal so ein paar Produkte, was wir haben. Wir haben einen Baked Blush. Wir haben einen sehr, 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 sehr schönen Pinsel, muss ich sagen. Und wir haben hier vor allen Dingen das erste Produkt, was ich auch gleich benutzen möchte. Und das ist der Serum Skin Tint mit Multivitamin Komplex. Und erst habe ich mir gedacht, Skin Tint klingt für mich erstmal so ein bisschen nach Foundation. Ich lese euch mal vor, was das können soll. Das getönte Serum vereint Hautpflege und Make-up in nur einem Step. Die Formulierung Tyaluron, Niacinamid und einem speziellen Multivitamin Komplex aus Vitamin C, Vitamin E und Pro-Vitamin B5 schenkt der Haut einen gesund aussehenden und natürlichen Glauben. Das Ganze ist vegan und kommt in einer Glasflasche. Fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Und ich würde vorstellen, wir probieren es einfach aus. Ich kann mir darunter nämlich wirklich gar nichts vorstellen. Okay, es ist tatsächlich also wirklich wie so eine Serum. Es riecht nach nichts. Es ist sehr, sehr flüssig. Ich würde mal ein Stückchen näher ran. Okay, wir probieren das Ganze jetzt mal mit dem Foundation Brush erstmal einzuarbeiten. Vielleicht funktioniert das Ganze ja. Tatsächlich habe ich gar keine Ahnung, was ich davon halten soll von diesem Produkt. Ich gehe ja auch ganz offen jetzt hier mit ran. Es lässt sich recht gut verteilen. Es hat auch eine mini, minimale Deckkraft, würde ich sagen, oder? Aber ganz, 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 ganz zart. Also ihr seht das, wenn ich über meine Rötungen gehe. Ja, also es hat tatsächlich eine leichte Deckkraft. Was soll ich sagen? Hm. Bin ich ein bisschen überrascht gerade? Weil ich wirklich mit dem Primer gerechnet habe, obwohl es Skin Tint heißt. Ich blinde mir das mal mit dem Schwamm ein bisschen ein. Bin ich gerade ein bisschen überfordert mit, wenn ich ehrlich bin. Also erstmal habe ich gedacht, das ist viel zu hell. Weil ich meine mir aber eingebildet zu haben, dass es sich so ein bisschen angepasst hat. Ich hole euch mal ganz, ganz nah ran. Und ihr sagt mir gerne jetzt mal in den Kommentaren, was ihr jetzt von diesem Finish haltet. Okay. Also es hat sich tatsächlich extrem ebenmäßig verteilen lassen. Es ist ganz, ganz leicht. Ich überlege gerade, womit man das so ein bisschen vergleichen kann. Es erinnert mich ein bisschen an die Foundation von L'Oreal, diese Serum Foundation. Aber ganz, 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 ganz leicht. Also ich dachte erst, wir brauchen jetzt noch eine Foundation drüber. Ich würde fast sagen, das machen wir nicht, oder? Hm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich nehme noch ein bisschen. Also es ist auch extrem viel hier drin. 30 Milliliter zwar, aber es ist halt super, super flüssig. Und ich habe das Gefühl, man braucht nicht so viel. Mit dem Schwamm ist die Deckkraft wesentlich weniger. Das ist klar. Deswegen nehme ich jetzt nochmal den Pinsel und arbeite mir das ein. Schaut mal. Hier ist es sehr, 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 sehr hell. Und dann oxidiert das so ein Stück an meine Haut irgendwie ran. Alright. Okay. Ich bin, ihr merkt es, glaube ich, ein bisschen überfordert mit diesem Produkt. Weil ich mit was A ganz anderem gerechnet habe. Und B, mir das sehr, sehr gut gefällt. Was ist das Produkt? Ich würde es fast als wirklich super, super Skin-Tint. Also wirklich ein Hauch. Ein Hauch an Farbe. Allerdings, je nachdem, welche Hautfarbe ihr habt, funktioniert das nicht mehr für euch. Minuspunkt. Ganz klar. Bei mir funktioniert es, und ich glaube, wenn ihr auch noch ein Stückchen dunkler seid, könnte es funktionieren als Primer. Prinzipiell müsste man da jetzt nichts mehr rübergeben. Ich möchte es jetzt trotzdem nochmal probieren, eine ganz, 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 ganz leichte Schicht Foundation damit reinzublenden. Denn es ist schon so, dass es die Haut perfektioniert hat und man jetzt nicht mehr so viel Foundation braucht. Was dann wesentlich leichter aussieht. Also ich gehe jetzt einfach hier an die Stellen, die ich noch ein bisschen mit mehr Deckkraft haben möchte. Einfach mit Foundation rüber. Hier so wie beispielsweise über eine kleine Unebenheit. Und habe dann ein super, super leichtes Make-up. Das wäre etwas gewesen, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Am Anfang des Sommers. Oder, was man damit auch machen könnte, ist, das wirklich in seine Foundation zu mischen, um sie ein bisschen leichter zu machen. Sehr, sehr schönes Produkt. Jetzt First Impression mäßig. Wir schauen mal, wie sich das mit anderen Produkten verhält. Aber die Haut sieht sehr, sehr frisch aus und erfahrungsgemäß ist das so ein Produkt, was man sehr, sehr gut fotografieren kann, wenn man Beauty-Fotografie macht. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Wir machen mal weiter. Ich mache ein bisschen Concealer rauf, fixiere das Ganze leicht und dann kommen wir zu gebackenen Produkten. Haben ein wirklich sehr, sehr schönes Finish gemacht. Was wir jetzt noch haben, ist den Highlighter und Bronzer. Der ist gebacken. Mit dem Duo Powder können die Wangen und braunen Knochen ganz individuell betont werden. Für einen strahlenden Look die zarte Textur lässt sich leicht verblenden und schmeichelt jedem Hautton. Sieht einmal so aus. Es sieht sehr, sehr schimmrig aus. Ich swatche mal kurz. Oh ja. Das ist sehr, 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 sehr schimmrig. Der Highlighter-Ton war nicht schlecht. Den gebe ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen punktuell an ein paar Stellen. Auf die Nase, um die Augenbraue herum, auf die Wange. Und dann probiere ich das so ein bisschen zu mischen. Ganz, 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 ganz leicht. Ich habe ein bisschen Angst davor. Weil erfahrungsgemäß diese... Ja. Ja, nee. Da komme ich immer noch nicht mit klar. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen gebackenen Bronzer mit Schimmern und gebackenen Highlightern mit Schimmern in Braun. Kann aber was sehr, sehr Gutes sein, wenn ihr wirklich eine sehr dunkle Haut habt. Dann habt ihr hier einen wirklich guten, guten Highlighter für euch. Für mich ist das definitiv zu dunkel. Deswegen mische ich jetzt einfach ein bisschen Bronzer hier mit rein. Ja, nee. Das mag ich leider nicht. Schade. Aber damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Also ich komme mit diesen gebackenen Highlightern und Bronzern nicht so klar, die so sind. Also wie gesagt, wenn ihr einen dunkleren Hauttyp habt, habt ihr hier wirklich einen sehr, sehr schönen Highlighter für euch, den ihr auch so ein bisschen anpassen könnt. Für mich ist das kein Produkt, wo ich sage, das benutze ich gerne. Ich zeige euch demnächst einen gebackenen Bronzer mit ein bisschen ganz leichten Schimmer, der die Hauttextur aber weich zeichnet und nicht so Highlightermäßig ist. Schade. Dafür haben wir aber noch einen gebackenen Blush und der sieht richtig, richtig schön aus. Auch der hat einen hohen Schimmeranteil mit drin. Ist so ein bisschen swirly unterwegs. Und hat so einen leichten Touch an Rosa. Aber auch der kommt nur ganz zart raus. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier rein und tupfen das so ein bisschen hier rüber. Und eigentlich ist das auch eher ein Highlighter. Das ist eher ein Highlighter, würde ich sagen. Und kein Blush. Er hat nämlich nur eine ganz, 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 ganz zarte Färbung. Und eigentlich ist auch nur der Schimmer Rosa. Ist aber schön als Highlighter-Topper vielleicht oder Blush-Topper. Als eigenen Blush hat der zu wenig Deckkraft. Ihr seht das, ne? Also ihr seht kaum rosa, was durchscheint. Aber ist nicht schlecht. Also die Base an sich gefällt mir gerade sehr, 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 sehr gut. Sehr frisch, sehr sommerlich, ne? Durch den Bronzer jetzt auch, den ich jetzt überall verteilt habe. Aber auch der Glow, dieser zarte Glow. Das ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Erinnert mich vom Finish her so ein bisschen an Hourglass. Halt nur einer anderen Farbe. Und ihr seht es, je nachdem wie ich das Licht drehe, scheint er auch immer so ein bisschen anders durch. Und das kommt auf der Haut auch wieder raus. Also so als Blush-Topper vielleicht gar nicht schlecht. Oder auf den Augen kann ich es mir gut vorstellen. Ich gehe jetzt einmal ganz schnell durch meine Augenbrauen durch. Und dann schminken wir den Look auf die Augen. Also wirklich auf die Augen. Denn die Palette finde ich eigentlich ganz spannend. Und zwar haben wir hier die Eyeshadow Palette mit zwölf verschiedenen Farben. Hinten stehen tatsächlich sogar Farbnamen drauf. Das ist recht neu bei Rival Love Me, beziehungsweise Rival de Loup. Und ich möchte heute einen sehr monochrom Look schminken. Passend so ein bisschen zu meinem Oberteil. Wir haben aber wirklich schöne Farben hier mit drin. Also ihr habt pastelligere Töne, ihr habt grüne, ihr habt orange und rot. Ich swatch euch mal ein paar. Eins, zwei, fühlen sich sehr weich an. Oh, der Rot sieht toll aus. Oh ja, die sind tatsächlich extrem gut pigmentiert. Vor allem der rote Ton. Ich möchte trotzdem aber heute in diesen grünlichen Tönen bleiben. Und das Ganze wird jetzt auch, glaube ich, sehr monochrom. Deswegen starten wir einfach mal. Ich muss sagen, die Base gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt seht ihr auch diesen leichten Touch an Rosa, der hier so ein bisschen durchscheint. Ich nehme mir einen flachen Pinsel und gehe hier in das Grün, möchte ich rein. Das lacht mich an. Und das presse ich jetzt hier einfach rauf. Sehr pastellig. Hm. 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 Geh mal in das Blau. Vielleicht hat das ein bisschen mehr Bums. Jetzt wird auf jeden Fall Fallout. Nee. Hm. Ich fixe hier mal kurz mein Gesicht. Vielleicht wird die Base dann ein bisschen mehr sticky. Und jetzt gehen wir einfach noch mal ein bisschen rüber und hoffen, dass durch die Feuchtigkeit der Ton ein bisschen besser hält. Hm. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also das ist, du brauchst eine feuchte Base. Definitiv. Und dann siehst du auch sofort den Ton. Also feuchte Base, ja, brauchst du. Ganz, 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 ganz dringend. Ähm. Jetzt sieht die Foundation, sieht finde ich persönlich noch schöner aus. Ist halt ein bisschen doof, ne? Also ich bin immer ein Freund davon, wenn Lidschatten schon so funktionieren, ohne dass man eine feuchte Base benutzen muss. Gehe jetzt hier in den blauen, hellen Ton rein und blende das Ganze jetzt hier einfach ein bisschen aus. Was ist das? Nee. Also da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich mittlerweile Besseres gewohnt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Vielleicht ist es auch ein Montagsprodukt. Blau ist jetzt auch wirklich schwierig. Aber es ist, also Revalde Loop hat es auch schon mal geschafft. Ja, nee. Also da muss ich sagen, da bin ich raus. Gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Also wenn ihr wirklich nur so einen Hauch, einen Hauch an Farbe haben wollt, okay. Ähm. Dann ist es okay, aber nee. Also würde ich nicht empfehlen. Kann ich, ich kann ja auch nicht immer alles super grandios und toll finden. Die gefällt mir leider gar nicht. Die Farben sind fleckig, die Farben sind nicht pigmentiert und hat keinen Spaß gemacht. Wir haben aber noch was anderes für die Lippen und zwar ein Lip Oil. Und die sind immer sehr, 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 sehr gut. Das ist ein Vitamin E Lippenöl für einen natürlichen Glow. Die mag ich tatsächlich sehr gerne. Da haben die so einen Kugelapplikator. Das ist ein trockenes Öl. Verrückt. Kennt ihr diese trockenen Öle? Das ist schön. Das mag ich sehr gerne, weil die Lippen einfach sich jetzt nicht so trocken anfühlen, aber trotzdem nicht so glossig aussehen. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen blauen Lidschatten von mir, von der Catrice und Maxim Palette Nummer 1 nachgesetzt. Einfach um es jetzt zum Ende hin noch ein bisschen schöner zu machen. Bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Den Pinsel habe ich jetzt persönlich gerade keine Verwendung für. Deswegen kriegt ihr den in der Verlosung. Ist aber ein guter Kapuki Brush. Ich habe ja auch einen mit Rival Love Me gehabt. Der ist super, super gut. Sehr schön weich und sind gut für so Body Shimmer und Body Highlights. Dafür könnte übrigens auch der Highlighter sehr gut sein. Ich trage mir jetzt noch ein bisschen was von der Asam Volume Mascara auf. Übrigens, mein Code gilt auch immer noch. Also ihr könnt mit dem Code Maxim Bindestrich 08 noch bis zum Ende des Monats, ich glaube es sind 15 oder sogar 20 Prozent sparen. Ich setze euch mal einen Link rein. Die Mascaren von Asam sind phänomenal. Und das würde ich sagen, ist der fertige Look. Abgesehen von der Lidschattenpalette wirklich und der Bronzer. Eine sehr, sehr schöne Kollektion. Vor allen Dingen muss ich sagen, dieser Skin Tint gefällt mir sehr, sehr gut. Den müssen wir noch ein bisschen weiter austesten, weil ich glaube, dass man damit sehr, sehr viele schöne Dinge machen kann. Ich bin super gespannt, was ihr zu dieser Limited Edition sagt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und schaut unbedingt im Pelletier Verlag vorbei, denn dort ist ab sofort unser Weg zum Traumhaus, zum Bestellen. Vielen, vielen Dank, süßen Mäuse, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Tschüss!